Das ist Familie Grüner. Vater Wolfgang, Mutter Annette, Sohn Tommy und Tochter Lisa. Und das ist das Haus von Familie Grüner. Schöne Terrasse, schöner Garten, eine richtige Wohlfühloase. Das schätzen die Grüner sehr und genießen dort jede freie Minute. Vater Grüner liest hier seine Lieblingsbücher, die Mutter lädt ihre Freundinnen gerne zu Kaffee und Kuchen ein, Tommy feiert mit seinen Freunden gerne mal eine Grillparty und Lisa übt hier am liebsten Gitarre. Die Freude vergeht jedoch schnell, wenn man so einen verregneten Sommer hat. Das nasskalte Wetter hat die Grüners die meiste Zeit im Haus festgehalten. Ab sofort ist das alles anders. Die Grüners haben sich nämlich für ein Solalux-Glashaus entschieden. Mit Dach und seitlichen Glaselementen ist Regen auf der Terrasse jetzt kein Problem mehr. Einfach die Verglasung schließen und schon sitzt man wind- und wettergeschützt im eigenen Garten. Die Grüners können einfach weiter ungehindert ihrer Lieblingsbeschäftigung auf der Terrasse nachgehen. Und wenn die Sonne wieder scheint, gibt's Freiluftvergnügen. Egal bei welchem Wetter, die Grüners haben ihren Sommer garantiert. Und wenn Sie sich über die vielfältigen Möglichkeiten der Glasanbauten und Glasfaltwände informieren möchten, dann schauen Sie einfach mal unter www.solarux.de vorbei. Solalux – Glas in Bewegung